Und da plädiert Hans ja auch immer für, dass nicht nur die infizierten Zahlen gemeldet werden, sondern auch wie viele getestet wurden. Ja, das finde ich auch. Ich weiß nicht, ob du gestern die RecPK gesehen hast, aber das Gesundheitsministerium, ich habe das Gefühl, hat intellektuell noch nicht mal verstanden, warum das wichtig ist. Können wir nachher nochmal spielen oder so? Das ist leider auch mein Eindruck so ein bisschen. Diese asiatische Strategie, die ist irgendwie ein bisschen, wie soll man sagen, nicht so richtig aktuell bei uns. Also man muss sagen, es gibt zwei Dimensionen der Wichtigkeit von Zahlen. Zum einen die Veränderung der gemeldeten positiven Testzahlen. Das ist schon das Wesentliche, das allererste Wesentliche, weil je nachdem, wie diese Zahlen ansteigen, sich verändern, kommt dann eben später auch die Welle der Menschen auf den Intensivstationen ab. Das ist eine Folge der absoluten Zahlen. Und je nachdem, wie der Zuwachs der absoluten Zahlen sich beschleunigt oder verlangsamt, das hat schon massive Auswirkungen. Auf die Einschätzung kriegt man das auf der Intensiv noch hin, wie Alexander das vorhin auch sagte, oder bricht das System in sich zusammen. Das ist die eine Dimension. Die andere Dimension ist aber, wenn man wissen will, in welcher Relation ist das eigentlich? Muss man schon wissen, wie viele Tests wurden, wenn wir jetzt sagen, wir haben, sagen wir mal, 4.000 neue positiv getestete Fälle heute, dann ist es schon wichtig zu wissen, sind das 4.000 auf der Grundlage, dass 12.000 getestet wurden oder 24.000 getestet wurden. Also dieser Quotient und wie der sich verändert, das ist für die langfristige Prognose, ist das wichtig. Und dass das Robert-Koch-Institut immer noch nicht die Relation zwischen Gesamtgetesteten und dann wie viel Positiv, wie viel Negativ. Nee, eben nicht, leider nicht. Der Wieler sagt, die testen in der Woche 160.000, das wären 20.000 am Tag. Und jetzt sind es so, keine Ahnung, 2.000, 3.000 positive, also so jeder Sechste ist irgendwie positiv getestet. Ja, aber das ist wirklich eine Daumenpeilung. Aber man weiß es halt nicht. Man weiß es nicht genau und also in der Tat bei 160.000, wenn man sagen würde, sie testen auch übers Wochenende, dann sind das 24.000 pro Tag. Vor vier Wochen galt noch die Zahl von 12.000 Testkapazitäten in Deutschland. Das wäre jetzt eine Verdoppelung der Tests. Und das möchte man schon genauer wissen, weil für die längerfristige Entwicklung, also wie flacht sich die Kurve tatsächlich ab, sind einfach diese Quotientenrelationen, die sind einfach wichtig zu wissen. Und andere, ich glaube, Südkorea zum Beispiel, veröffentlicht die kompletten Datensätze, die sagen immer, wie viele positive, wie viele negative und die Summe ist dann oder in der Summe ergibt sich, wie viele wurden. Wir hören das nachher wieder. Vielen Dank.